Ich habe mir einen neuen CD-Player gekauft. Wieso, weshalb, warum? Bleibt dran. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Es soll heute um einen CD-Player gehen, den ich mir für mein privates Setup gebraucht, gekauft habe. Und wieso das Ganze? Also erstmal vorab. Ich bleibe natürlich als Hauptmedium meiner geliebten Schallplatte treu. Da wird sich nichts ändern. Aber das Ganze war jetzt ausgelöst durch eigentlich zwei Sachen. Also erstens mal hatte ich ja vor kurzem ein Video online mit diesem tollen Lumin-Streamer, den ich klanglich super fand. Aber für mich am Ende festgestellt habe, dass einfach so für mich zu Hause, um Hi-Fi zu genießen, das Streaming überhaupt nicht das Richtige ist. Man hat nichts in der Hand. Man neigt dazu, rumzusippen, in den Playlists rumzuspringen. Das ganze Feeling der Platte, die Booklets und so weiter fehlt mir. Das war nichts für mich. Ja, das war mir zwar bewusst, aber weiter habe ich an der Stelle überhaupt nicht mehr gedacht. Und dann sehe ich vor ein, zwei Wochen bei dem lieben Marc, Grüße gehen raus an den YouTube-Kanal Tonkunststube, als er seinen neuen CD-Player vorstellt. Und das war ein CD-Player mit Toploader, wo die CD oben reinkommt. Und das war eine relativ kompakte Bauweise von dem Gerät. Und da dachte ich in dem Moment, ohne dass ich es überhaupt geplant hatte, Mensch, ey, das ist doch irgendwie eine coole Sache. So ein bisschen wie bei der Schallplatte, oben reinlegen, auflegen, interessantes Format. Du, das könnte doch vielleicht für dich was sein, neben der Schallplatte als alternatives Medium. Ich hatte zwar die ganze Zeit oben schon einen CD-Player stehen, aber den habe ich wenig bis gar nicht genutzt. Und noch so ein alternatives Medium zu haben, das ist aktuell gar nicht so schlecht, finde ich. Wenn wir drüber nachdenken, was die Vinylpreise aktuell so machen und auch leider, leider teilweise die Vinylqualität, die meisten von euch wissen es. Und da schaue ich mich so um, was gibt es denn da so an Toploadern? Irgendwie hatte ich mich da so drauf eingestellt. Das fand ich irgendwie cool. Da hatte ich Lust drauf, von der Art der Bedienung. Und da bin ich persönlich relativ schnell bei Rega gelandet, und zwar bei den Apollo-Modellen. Und der Rega Apollo, der ursprüngliche, ich blende euch das mal ein, das war auch ein Toploader, aber noch im klassischen HiFi-Format. Und das, was wir hier jetzt sehen, der Rega Apollo R, das ist dann der Nachfolger gewesen, der ungefähr 2012 auf den Markt kam, also jetzt ungefähr 10 Jahre auf dem Markt war, mit ein paar Updates und eben in diesem kompakteren Design. Es handelt sich dabei, wie gesagt, um ein Modell von ursprünglich 2012, meiner ist von 2016. Und ebenfalls ein Toploader, wie eben schon erwähnt, mit einem Acryl-Glas-Deckel. Das Gerät hat damals neu auf dem Markt um die 800 Euro gekostet. Und es gab auch vor ein paar Jahren noch einen Nachfolger, der jetzt vor kurzem erst ausgelaufen ist, den es die ganze Zeit noch neu gab. Der sah ähnlich aus. Der nannte sich Rega Apollo CDP in einer ähnlichen Preisklasse. Der hatte, wie ihr hier seht, neben einem etwas anderen Design auch einen besseren DAC verbaut. Aber ich muss wirklich sagen, rein optisch finde ich den Apollo R schöner als den CDP. Mir gefällt bei dem CDP nicht, dass da das Gehäuse von der Front noch etwas runtergeführt wird über die Füße. Hier haben wir einfach ein kantiges Design und unten diese sehr robusten Gummifüße dran. Das gefällt mir besser. Und mir gefällt auch, wenn er anfällig ist für Kratzer ohne Ende und meiner auch schon verkratzt ist, beim Apollo R dieses Acrylglas Pianopleck Schwarz Hochglanz am Deckel. Besser wie diese Matteoptik beim CDP. Diese Apollo Geräte sind in ihrer Preisklasse bei vielen hochgelobt und auch auf dem Gebrauchtmarkt, wenn ihr mal schaut, relativ rar gesägt. Und auch auf dem Gebrauchtmarkt, relativ rar gesät. Also ich war sehr, sehr froh, dass ich diesen ergattern konnte. Nicht ganz eine Stunde von mir zu Hause entfernt, wo ich mir das Gerät auch anschauen konnte. Das war okay. Okay. Funktioniert wunderbar. Wie gesagt, leider diese glänzige Front und auch dieser glänzige Deckel oben. Ein paar Kratzer drauf. Das lässt sich bei dem Material leider nicht vermeiden. Ansonsten ist das ein recht schweres Gerät für diese kompakte Größe. Das ist komplett solide aus Aluminium, das ganze Gehäuse. Und das gibt dem Ganzen natürlich eine gute mechanische Stabilität und wirkt einfach sehr wertig. Wie gesagt, hier wird auf ein Laufwerk, das raus und rein fährt, verzichtet. Wohl sagt man, dass solche fest verbauten Laufwerke eben dann zuverlässiger vielleicht teilweise auslesen können, weil keine Schublade irgendwie da lose drin wackeln kann oder sowas. Aber da bin ich kein Experte. Aber so in die Richtung geht die Theorie. Es befindet sich ein Sanyo-Laufwerk in dem Rega drin und dieses ist mit Visco-Dämpfern gedämpft. Das Gerät hat einen analogen Ausgang und zwei digitale Ausgänge. Also ich benutze das jetzt ganz normal mit den analogen Ausgängen und macht mir einen riesen Spaß. Man kann es aber auch einfach per digitalem Ausgang benutzen, um vielleicht einen anderen Deck Digital-Analog-Wandler zu benutzen und den Rega Polo R einfach nur als Laufwerk zu benutzen. Von den Maßen her ist der 22 cm breit, 9 cm hoch und 33 cm in der Tiefe. Was ich auch interessant fand beim Recherchieren und Lesen in Foren und Tests lesen, bevor ich den gekauft habe, war, dass viele geschrieben haben, dem Gerät wird ein analoger Klang nachgesagt, was immer das bei einem CD-Player auch bedeuten mag. Und andere haben mehr oder weniger das Gleiche geschrieben in anderen Worten. Also er klingt sehr, sehr wenig digital und das fand ich interessant. Es wird ihm auch ein tolles Timing und eine tolle Tonalität nachgesagt. Und ich muss sagen, ich kann das eigentlich alles bestätigen. Für mich klingt der gelassen, natürlich, luftig, eine tolle Tiefenstaffelung, der ist sehr musikalisch, auch was immer das bedeuten mag. Es ist immer schwierig, die richtigen Worte zu finden für das, was man hört. Und ja, irgendwie so ein bisschen das mit dem Analog. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen kann bei einem CD-Player, aber ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass das manche darüber schreiben. Ich kann auch sagen, wirklich Leute, mir hat es noch nie so viel Spaß gemacht, mit einem CD-Player umzugehen, Musik zu hören, wie mit diesem Teil. Klar, vom Design her, optisch gibt es da auch nur 0 oder 1. Die Leute haben mir bei Instagram schon geschrieben, einfach unschlagbar toll das Design. Und andere haben mir geschrieben, oh Gott, den finde ich ja wirklich grässlich. Also ich gehöre natürlich zu der Fraktion, ich finde den ultra geil optisch. Und das macht mir so einen Spaß, das Ding alleine zu bedienen. Und was klanglich da rauskommt, ja, ich finde es absolut spitze. Also ich denke, Preis-Leistung, wie von vielen geschrieben, vor allem wenn man es jetzt vielleicht auch als Gebrauchtgerät kauft, wie ich. Ich habe übrigens 370 Euro dafür bezahlt. Dann ist es, glaube ich, schwierig, viel Besseres in der Preisregion aktuell zu finden, wenn man auf die Art von Klang steht, die dieses Gerät macht. Und ja, was wird hier rauf jetzt bei mir laufen? Vielleicht hier und da mal noch eine alte CD von früher von mir, aber vielleicht auch und vor allem Sachen, die auf Schallplatte sehr schwer zu bekommen sind oder sehr teuer sind, die ich schon seit Jahren suche zum Beispiel, die es auf CD quasi nachgeschmissen gibt. Sowas. Oder zum Beispiel, man sortiert ja heute aus, gibt zum Beispiel 5 neue Alben-Releases, die findet man eigentlich alle ganz gut, aufgrund der Qualitäten der Preise entscheidet man sich aber dafür, nur vielleicht 2 oder 3 davon sich überhaupt auf Schallplatte zu holen. Der Rest fällt dann hinten runter, weil man aussortiert. Aber hier kann man dann vielleicht auch mal sagen, alternativ, Mensch, ist ja eigentlich ein tolles Album, aber ich habe keine Lust, jetzt nochmal 40 Euro auszugeben für die Platte und es gibt auch irgendwie keine schicke Version, hole ich mir doch einfach die CD, weil ich einfach das auch zu Hause auf meiner Anlage genießen möchte und das nicht per Streaming, sondern per Medium, per Datenträger. Und so habe ich es jetzt zum Beispiel schon mal gemacht. Ich habe das jetzt beim Großen A gekauft und zwar auch gebrauchte CDs. Einfach mal dieses Album, das ich eigentlich schon auf meiner Wunschliste habe, seit ich Schallplatten sammle und kaum oder nur ultra teuer zu bekommen ist. Eine Alternative Rock Band, Anne Berlin, Never Take Friendship Personal, eines meiner absoluten Lieblingsalben aus dem Bereich, das ist schon etwas älter, von wann ist das? Ja, 2005. Die Band war auch lange nicht mehr unterwegs, jetzt sind sie wieder am Touren. Finde ich ultra cool und da habe ich geschaut, die gibt es da auch noch neu, die gibt es da aber auch gebraucht als Zustand sehr gut. für 1,45 Euro plus 3 Euro Versand. Also für 4,45 Euro hatte ich hier eine quasi neue CD. Und warum jetzt noch länger suchen nach der Platte, die 150 kostet? Klar, wenn die neu auf die Platte kommt, kaufe ich mir die vielleicht. Aber so kann ich dieses Album, was ich toll finde, mit auch Spaß an der Sache auf meinem neuen CD-Player hier hören. Muss ich echt sagen, ich war überrascht, klingt vor allem fürs Genre gar nicht übel. Genauso habe ich es mit der zweiten CD hier gemacht. Es handelt sich dabei um Radiohead Amnesiac. Ein Album, das ich cool finde, aber jetzt nicht dringend das Gefühl hätte, da gebe ich jetzt mein Geld aus, um mir hier die Platte zu kaufen. Auch hier irgendwie 1 Euro so viel, nochmal 3 Euro Versand, also knapp 4 Euro, knapp drüber. Und Zustand auch wieder sehr gut, ist quasi neu, sieht neu aus. Und klanglich muss ich sagen, gut, Radiohead klingt sowieso meistens gut. Also dieses Album, diese CD klingt absolut fantastisch. Hörvergnügen, wirklich, ich will es nicht sagen, ich habe hier unten das gleiche Hörvergnügen, wie wenn ich mit meinem Schallplattenspieler-Setup eine gut klingende Platte höre. Nein, das nicht, aber es ist schon vom Spaßfaktor recht nah dran mit dem Rega, muss ich sagen. Also mir macht das total Spaß. Also ich freue mich total drauf. Der CD-Player wird auch irgendwann innerhalb der nächsten paar Wochen hochwandern ins Wohnzimmer, in mein Setup im Wohnzimmer. und wird jetzt fest als Alternative zur Schallplatte dienen, in den Fällen, wie ich es euch eben genannt habe. Und vielleicht könnt ihr das ja ein bisschen nachvollziehen, wie ich das jetzt aktuell handhabe. Und ich werde natürlich trotzdem weiterhin, immer wenn es um Alben geht, erstmal Richtung Schallplatte gucken. Aber jetzt mit der Option, Mensch, es gibt auch eine günstigere und schneller verfügbare Möglichkeit, wenn ich es denn möchte. Ja, übrigens, seid doch so nett, wenn ihr Interesse an Schallplatten, Musik allgemein, HiFi habt und vielleicht auch schon öfters meine Videos schaut, dann seid doch so gut, lasst mir bitte mal ein Abo da. Das hilft mir wirklich sehr. Denkt auch mal dran, auch die treuen Zuschauer, mir mal einen Daumen hoch zu geben, kurz was drunter zu schreiben. Auch das hilft mir weiter, das würde mich mega freuen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann. Bis dann, dann.